Ich, Kranach, lege hier für euch die Spuren, die uns den Weg in ferne Zeiten weisen. Wir wollen wie im Traum ins Gestern reisen. Als Kompass dienen uns dabei die Uhren, an deren Zeiger wir gleich kräftig drehen. Denkt euch, wir wären hier in Wittenberg, im Mittelalter, frisch ans Werk. Lasst uns den Abend vor der Hochzeit sehen. Es nahen sich zu Martins frohen Feste geladene und auch ungebetene Gäste. Sei auf der Hut, sperrt Augen auf und Ohren, denn unser Spiel braucht aufgeweckte Zeugen. Der Fantasie mag sich Geschichte beugen. Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren. Nachdelwerk 3 Möre 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 Untertitelung des ZDF, 2020